Bevor ich Ihnen sage, was Sie geschenkt bekommen, eine kleine Bitte. Sie betrifft mein Äthiopien mit seiner unvergleichlichen Kaffeekultur. Die Kaffeezeremonie hat stets drei Tassen zum Getränk. Die erste ist für die Gesundheit, die zweite ist da, um Probleme zu besprechen und die dritte dient dem Segen für die Gäste und fürs ganze Haus. Bitte, wenn Sie das nächste Mal im Supermarkt einen Kaffee kaufen, achten Sie auf Fair Trade. Das kommt den Menschen dort zugute. Und jetzt zu meinem Geschenk. Es ist etwas, was jeder von uns brauchen kann. Er begleitet und beschützt uns ein ganzes Leben lang. Aber wir sollten ihn auch immer wieder darum bitten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten.